Willkommen auf dem heißen YouTube-Kanal von News. Abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten und heißesten Nachrichten zu erhalten. Florian Silbereisen verliebt? Wer ist die mysteriöse Blondine, mit der er sich trifft? Rätselraten um Florian Silbereisen? Ist der beliebte Entertainer etwa frisch verliebt? Der Moderator wurde jetzt erneut mit einer heißen Blondine gesehen. Während seiner Rolle als Gastjuro bei DSDS wurde Florian in vertrauter Zweisamkeit mit einer Blondine gesehen. Die beiden sind dann anschließend gemeinsam in einem Wagen weggefahren. Wer ist die mysteriöse Blondine an Florians Seite? Florian Silbereisen in Düsseldorf mit blonder Begleitung gesehen. Da trauten die Passanten ihren Augen nicht. Vor dem nobelen Andreas-Quartier in der Düsseldorfer Altstadt wurde Florian Silbereisen vor kurzem gesehen. Dort gibt es Bars, Restaurants, sowie noble Eigentums- und Mietwohnungen. Und dort wurde Entertainer Florian Silbereisen nun in Damenbegleitung entdeckt. Florian geht direkt auf einen Kleinwagen zu. In dem Blondine mit langen Haaren sitzt. Die Frau versteckt das Gesicht hinter einer Sonnenbrille. Dies zeigen Fotos aus der Zeitschrift Neue Post. Zunächst glaubten verwunderte Passanten. Dass es sich um Helene Fischer, 35, handeln könnte. Die Dame hatte eindeutig Ähnlichkeit mit Florian 6 Partnerin. Erstaunlich an der ganzen Sache ist nur, dass der Kleinwagen ein niederländisches Kennzeichen hat. Stand die Unbekannte etwa aus dem Nachbarland und wollte Florian besuchen? Oder handelt es sich um eine Mitarbeiterin von Deutschland sucht den Superstar? Die Gastjuror Florian nur aus seinem Apartment abholen sollte? Hat Florian Silbereisen eine neue Beziehung? Doch die Fragen gehen noch weiter. Denn Florian selbst setzt sich dann an das Steuer des fremden Wagens. Und während der Corona-Pandemie ist es eigentlich nicht erlaubt mit fremden Personen zusammen in einem Auto zu sitzen. In vielen Bundesländern ist dies nur erlaubt, wenn Familienmitglieder oder Menschen die in einem gemeinsamen Haushalt wohnen, gleichzeitig einen Wagen benutzen. Hat Florian also bereits ein vertrautes Verhältnis zu der unbekannten Blondine? Eigentlich nicht anzunehmen, dass Flori leichtsinnig eine Verwarnung riskiert und gegen die derzeit gerade geltenden Abstandsregeln verstößt. Ein weiteres mysteriöses Treffen Schon einige Wochen zuvor war Florian in Begleitung einer blonden Helene-Kopie gesehen worden. Diese hatte es sich auf einer Liege im Garten von Florians Haus in der Sonne bequem gemacht. Während Florian neben ihr gesessen und mit seinem Handy hantiert hatte, Könnte es sich bei dieser Dame um die gleiche Dame wie jetzt in Düsseldorf gehandelt haben? Sollte dies der Fall sein? Ist es doch möglich, dass Florian seine Umzugskartons bei Helene demnächst abholt? Sollte jeken die Ram façon und mit seinen Zeichern bequemen? Solltebowel